Ich möchte mich im neuen Gemeinderat dafür einsetzen, dass dem Land mitgeteilt wird, dass Elwangen das LEA-Gelände ab 2023 für ein stadtnahes Wohngebiet benötigt. Wir von der CDU und ich werden auch in der Nach-LEA-Zeit Einsatz für Integration von Flüchtlingen zeigen, genauso wie wir weiter schwache stärken und Familien unterstützen werden, weil wir das C in unserer christlichen Union nicht vergessen. Als CDU-Stadtverbandsvorsitzender ist mir eine wirkliche Weiterentwicklung und Weiterbelebung unserer Stadt genauso wichtig wie unsere vier Ortschaften, die sich gemeinsam weiterentwickeln müssen, ohne dass eine zurückbleibt. Als Schredsheimer ist mir natürlich auch eine Neugestaltung unserer Schredsheimer Ortsdurchfahrt sehr wichtig. Der Verkehr nimmt täglich zu und wir sollten jetzt dringend wieder an die Trasse Grün denken, die in Vergessenheit geraten ist. Ich heiße Gerhard Rittenmeier, bin 64 Jahre alt und wohne in Elwangen-Schredsheim. Mit mir und der CDU wählen Sie christliche Werte, wählen Sie Belebung der Innenstadt und wählen Sie volle Kraft für die Landesgartenschau. Untertitelung des ZDF für funk, 2017